Wir sind hierher gekommen, um uns zu bedanken bei den Menschen, die mir geholfen haben, als ich in Ägypten im Gefängnis war. Ich habe die Einladung von mehreren Organisationen, unter anderem von Connection e.V. bekommen, damit ich den deutschen Aktivisten in den verschiedenen Städten Informationen über die Lage in meinem Heimatland und über meine Aktivitäten geben kann. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir schon mit vielen Menschen aus verschiedenen Städten Informationen austauschen konnten. Ich musste in 2010 in Militärische gehen und meine Pflicht machen. Aber ich habe damals Nein gesagt und da war ich die erste Person, die gesagt hat, ich wollte nicht das machen in Ägypten oder in den arabischen Raum. Nach drei Wochen werde ich fast genommen für die Armee. Und dann werde ich nochmal fast genommen, weil ich wollte, mit den Leuten in dieser Revolution teilnehmen. Und ich habe dort eineinhalb Tage in diese Gebäude, also Geheimdienst gebracht und die haben dort mich gefordert. Nach Mubarak Zeit, also als er weggegangen, habe ich weiter auf meinem Blog wegen der Menschenrechte und der Freiheit in Ägypten weiter geschrieben. Ich habe in vielen Videos beblutziert und in diesem Video wird viele von diesem Video wird gezeigt, wie die militärische System wird mit den Leuten umgehen in eine negative Art und Weise. Und am 28. März 2011 wurde mit den Männern mit den Männern gefordert. Und am 28. März kam der Geheimdienst nochmal zu meiner Hause und die haben mich fast genommen. Und die haben behauptet, dass ich habe die militärische System beleidigt und die wollten gegen mich im Gericht einen Fall führen. Ich habe das Beurteil bekommen, dass ich drei Jahre im Geheimdienst habe. Im Geheimdienst habe ich vier Berichte über die Leute, die werden in einer negativen Art und Weise beurteilt von den Geheimdienst. Im August habe ich angefangen, ich habe gesagt, nein, ich wollte nicht mehr essen als gegen diese Gerichte, militärische Gerichte. Ich war dagegen, dass ich diese Pflicht mache, dass ich im Militärische gehen muss. Das ist die erste und die zweite, dass ich schreibe für die Menschenrechte in Ägypten. Die haben dann entschieden, dass sie mich nochmal beurteilen. Dann habe ich mich entschieden, dass ich nicht an dieser Gerichte teilnehmen wollte. Dann haben sie mich zu Sysio Krankenhaus geschickt als Reaktion. Am 14. Dezember wurde ich ein neues Beurteil bekommen, dass ich zwei Jahre im Geheimdienst muss. Aber wegen vieler Solidarität von Ägypten und Ausland, also von West, werde ich danach befreit. Aber diese Befreiung war unter bestimmter Bedingung, dass ich immer diese Beurteile gegen mich habe. Das heißt, wenn ich andere Aktivitäten mache oder so, dann konnten die mich nochmal fast nehmen. Nach meiner Verweigerung wollten auch andere Menschen im arabischen Raum unserem Beispiel folgen und nicht zum Militär gehen. Wir kennen einen Fall, Imad Dafraoui, der den Militärdienst verweigern will mit den gleichen Problemen wie ich. Wir sind gerade dabei, uns als Kriegsdienstverweiger zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Laut unserer Information gibt es keine Kriegsdienstverweigerung in Ägypten. Wir kennen nur einen Fall, der heißt Imad Dafraoui. Er ist nicht im Gefängnis, aber er hat Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche und einen Studienplatz zu finden. Außerdem darf er nicht reisen. Er muss befürchten, jederzeit festgenommen zu werden. In unserer Bewegung gibt es ungefähr 30 Aktivisten. Einige leben in Ägypten, andere im Ausland. Auf unserer Facebook-Seite gibt es mehr als 8.000 Aktive. Unser Ziel ist Frieden und wir unterstützen die Verweigerer und beobachten die Gewalt gegen Zivilisten. Ich bin politisch aktiv seit 2008. In unsere Bewegung bin ich im Jahr 2009 beigetreten. Wir unterstützen Schüler, die sich gegen das Regime wehren wollen. Ich mache mit anderen Aktivisten zusammen Filme und Bilder und zeige sie Schülern, damit sie sich ein Bild davon machen können, was sie beim Militär erwartet. Außerdem habe ich bei einer Kampagne mitgemacht, die eine Frau unterstützt. Sie heißt Samira. Sie hat Schwierigkeiten wegen der Teilnahme an Demonstrationen gegen das Militär. So lange ein Militärsystem in Ägypten herrscht, so lange haben wir als Aktivisten Probleme, weil wir uns unter dem autoritären System nicht frei bewegen können. Das Militär hat nämlich jederzeit die Möglichkeit, uns willkürlich festzunehmen. Der Westen kann viel für Ägypten tun. Als erstes muss der Waffenverkauf nach Ägypten gestoppt werden. Das wäre schon mal eine bessere Ausgangssituation für Ägypten. Zum zweiten, die Zivilgesellschaft kann auch viel helfen. Zum Beispiel mit der Unterstützung unserer Bewegung in ihrem Kampf gegen das militärische System. Weiter sollte der Westen die Unterstützung des Militärregimes einstellen, damit es weniger Macht hat. Das würde die Lage in Ägypten schon verbessern. Vielen Dank für Michael und Marc fürs Kommen, dass ihr euch die Mühe macht, diese stressige Vortragsreise mit einem Termin pro Tag auf euch zu nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank.